Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking in Atlas Rector. Heute wieder solo unterwegs und in der Hoffnung, dass wir noch was anderes kriegen als Support. Aber das sieht nicht danach aus. Ich sehe wieder stark danach aus, dass wir wieder Support spielen müssen. Da wird gnadenlos geinstallockt. Ich tue mal so, als würde ich jetzt auch Damage-Dieterspielen wollen, mal sehen, was sie sagen. Oder ob sie überhaupt irgendwas sagen. Nein. Dann spiele ich hier lieber Support. Frontline? Nicht so mein Fall. Und da man Surren nicht spielen kann, weil sie immer alle irgendwohin dodgen, dashen, buddeln, spiele ich lieber Aurora. Weil es halt schon ganz geil wäre. Die haben auch keinen Support. Die haben viermal Damage-Dealer. Wtf. Ich glaube, da würde ich fast eher Helio nehmen. Bei dem, was die da tun. Die wollen nämlich Focus-Fire machen. Und das kann ich mit Helio bisschen besser verhindern. Denke ich. Hoffe ich. Mal sehen. Ich spiele mal auf jeden Fall eine Runde Helio wieder. Seit langer, langer Zeit. Jetzt habe ich mein Base-Radius um 20 Prozent erhöht. Wenn ich den brauch. Additional 5 Damage schon Only One-Enemies-Hits eigentlich vielleicht sogar noch interessant, aber so oft triffst du zwei nicht. Slow Enemies. Aber das wird zu spät. Hätte ich jetzt hier angefangen rumzuspielen, wäre ein bisschen Quatsch geworden. Deswegen lassen wir das lieber. Matrix-Techniker. Matrix-Techniker. Technischen. Aber gegen ein Team. Nano-Researcher bei uns. Flux-Capacity 1%. Hm. So. Wo geht's hin, Jungs? Wo geht's hin? Okay. Dann packe ich mich da an. Kagan? Ah, Kagan geht genau weg von uns. Wow, Kagan. Top. Top, 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 top. Ich Check mal, ob da jemand hinten drin ist. Okay, I follow you. Also wird halt... Was wird denn, dass er hier beschossen wird? Also wär mein Tipp, spontan so. I can't wait to watch them recoil. Now you see me. Now you. Judgement calls. Wenn die dort sind, sie müssten... Also wenn... Außer wenn sie hier hin sind, müssten sie einen trotzdem sehen. Wenn es da keiner sein kann, war irgendwie klar. Der hätt mal reinlaufen sehen. Guck mal, der Hund. Flux-Arts. Jetztъh. Das ist jetzt. Dututututu, du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Kann er mich zumindest nicht anchargen. Der erste Rote kann so nicht stehen. Och fuck. Sehen halt echt wieder alle da. Wenn das nix neben mir steht, ist natürlich auch das hier wieder. Das schießt natürlich auch alle auf mich und... Oder auf ihn und nicht auf mich. Ach komm, jetzt halt dann hier mal direkt alles aus Trollt. Das ist doch Quatsch. Oh, danke. Das verrät mich bestimmt nicht. Ehe, ehe, ehe. Oh. Onward to greatness. These fools will fall before us. die struktur habe ich fast die ulti wenn sie halt die ganze so auf mich gehen dass der traurig irgendwie klar nachkommen hat doch die klappe da muss ich da hingehen wenn er und sich hinstellen würden der rask hat schon wieder so viel Salz in seinen Lungen er kann kommen atmen ich müsste jetzt irgendwo rein aber die wollen gerade nicht mehr zu mir kommen so der fliegt doch nicht er fliegt durch das ist bitter er fliegt gar nicht so weit wie ich dachte ich hätte eigentlich gerne dass sie sich ein bisschen neben mir stellen aber das tun sie nicht ich glaube ich habe noch mal keine Kettel ist voll zu benutzen schade das ist jetzt ein bisschen was hat auch gesagt ich will da mal rein holten da muss ich aber jetzt zu ihm hinlaufen sonst geht das nicht er müsste nicht mehr auswählen hat auch recht jetzt kommt der scrambler immer noch übersehen gar nicht gut dann habe ich wenigstens wieder mit dem spiel doch so ein bisschen kommt dann noch alles klar vielleicht war das doch nicht so schlau wie ich dachte ja gut ich kann ich nur zu hauen so zu sagen zu schießen aber bisher kein kein ziel aber das ist hoffen das ist tot sein theoretisch ja er ist tot aber ich überlebe das glaube ich gerade noch so aber Ross nicht mein Plan zu entfalten das ist natürlich doof wahrscheinlich überlebe ich nämlich die Runde jetzt auch nicht ich krieg auch mindestens 25 Schaden von ihr und bin ich auch tot er nickt, der Rask nickt nick 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 ich bin der Spanthus oh, bist du nicht mit nur oh, der kommt nicht zu mir ran aber äh, müsste ran kommen und wenn's schon damit ist läuft nicht so gut, Jungs dafür dass wir ein komplettes Damage-Team gegen uns haben müssen wir langsam mal die Kills holen da muss jetzt nur einen einzigen und der kann auch ausweichen warum bin ich nicht so doof und Span da oben und nicht da unten von meinem Team oh man die weichen gleich beide aus ah, schade dann geht auch ich bin ich bin straight from the source hm, will er erst versuchen sie zu töten? ne, will er dahin, ok dann bin ich da hinten da hinten ich denke, so müsste es klappen warum teleporten sie jetzt direkt, ach so, hä? er kann da hinspringen? sicher? ach so, er kann mit seinem ulti da hinten ok da haben sie jetzt noch ein bisschen Feuer konzentriert welche Motto sind uns am Glück denn drauf? den doppeltreffer, ok ihm muss ich jetzt mal ne Runde das geben in dem Fall, dass er jetzt angecharged wird ja, er hat auch mit Sicherheit er bewegt sich genau ein Feld weit warum nicht weiter your fate in mine, Antoine look out below Aua, und sie gehen halt alle beide auf mich dachte, sie nehmen halt den sicheren 3-Hit aber ne, haben sie nicht gemacht sie töten wir den der eh nicht mal ausweichen kann ja, also, tue ich halt leider nicht covern jetzt rennen wir halt wieder alle auseinander das ist so schrecklich das ist so schrecklich ok, kommt zurück ok ah, ich doch auch da halt auch ich will auch nicht nur zu wissen oh, der hat ja schon mal 60 damage von der Ulti bekommen äh, ich durchgekill oh, da haben wir mal den zweiten Kill das ist ja schon mal ganz gut goodbye und eventuell wenn ich mich nicht mal so wie der Runterscanner hätte ne, mach ich nicht da hat sie mich ein bisschen gesaved die gute Dame muss ich mal so sagen muss ich mal so sagen und ich hab eh noch cool dann auf allem deswegen will ich mich ein bisschen verstecken die jetzt irgendwer jetzt haben wir gesprungen und das trifft ist nicht so verwunderlich mhm ja, guck mal Nein! Ah, ich tippe nicht mal das andere noch mit. Er heilt sich... Wie läufst du? Wahrscheinlich werde ich gerne so laufen. Der Hund muss eigentlich hier oben sein, theoretisch. Oh Gott! Sie rennen alle nach unten, ey! Hab nächste Orion, ich weiß ja nicht, was ich bedeuten soll. Deine Augen sind nicht verwendet. 4 Runden noch bleiben. 4 Runden noch bleiben. 4 Runden noch bleiben. Ich bin immer noch cooldown. So... Wurde noch angepingt. Kein pinggemerkt. Kann die einfach auch stehen bleiben? Ich dürfte auch nicht reviert werden, ich einfach so stehen bleibe. Mehr! Nein! Nein! Mach es nicht! Du dürftest nicht wissen, dass ich hier stehe. Außer er steht direkt neben mir. Das ist mir natürlich ungünstig. Ernsthaft? Die unwahrscheinliche Version nimmt er. Mit der Maid hätte sie jetzt töten können. Nein, er ist nicht Invis. 3 Runden noch bleiben. 3 Runden noch bleiben. Dann kann ich dir das aber mal geben für den Fall, dass du irgendwas triffst. Dann immer noch dahinter. A foregone conclusion. Nein, jetzt glaube ich gar nicht. Oh fuck. Das ist so dumm. Jetzt habe ich meine 5 Sekunden komplett verballert. Und bin nicht mal mehr in Reichweite für irgendjemanden. Aber das löst halt nicht aus, wenn das... 2 turns left. Jetzt muss ich halt echt durchsprinten. Die hoffen, dass ich da noch rechtzeitig hinkomme. Wenn der da drin steht, dann sind die eh tot. Oh, dann ist einer schon tot. Aber das ist egal. Ihr seid sowas von tot da oben. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt in Reichweite bin, um Rask zu saven. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt in Reichweite bin, um Rask zu saven. Oh. 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 Das er da drauf geht. Er hätte einfach nur noch schießen müssen auf den Pub. Dann ist er sowieso tot. Wenn ich jetzt überlebe, haben wir das gewonnen. Oh, der hätte ich mich gleich nicht bewegen. Nice. Haben doch noch gewonnen, obwohl das am Anfang so schlecht aus sei. Krass. Eissig. Nice. Ich will boosten, aber ich darf nicht. Ja gut, aber da haben wir doch mal wieder eine Runde gewonnen. Wir müssen zwar irgendwie immer Support spielen, weil man halt sich anpassen will, dann kriegt man irgendwie immer. But egal. Aber egal. Wir haben gewonnen. 600 Damage habe ich received. Ich würde mal behaupten, ich habe das ganz schön gefacetankt. Dafür bin ich nur einmal gestorben, für die 600 Damage, die ich bekommen habe. Also würde ich behaupten, ist eine Ansage. Ich hoffe, ihr hattet wieder euern Spaß beim Zuschauen. Dankeschön dafür und bis morgen.